jo leute und herzlich willkommen zu diesem video unter fortnite alleine leider konnte der herr kars joe nicht so auf jeden fall ein bisschen fortnite die neusten doppelt ep woche das bedeutet erhalte erfahrungen wie doppel okay das heißt wir müssen sehr viel fortan spielen damit wir ist der folge kommen weil ich will noch die neulich bezacke der kleeblutscher ja und müssen solo hoffentlich krieg ich mal ein win holen natürlich mal wieder hin ja in miniere gegner mit dem sturmgewehr muss ich mal wieder machen so eine scheiße ja naja das ist auch ein kalender grundwertes fisch und fisch gut ja noch mal laden mal gucken wo wir gehen jetzt ich glaube ich gehe weiter am loot lake oder so ist eigentlich auch ganz gut hier so oder wir gehen hier zu diesem guten alten bauernhof ok mal so viele war nur so zehn stück also nicht besonders viel welcher hier ist meistens meine kiste drunter und und so hallo ist es auch ein stumm gewehr okay also der erste kill im stumm wer ist geschafft und die waffe ist nicht gut für nahkampf sehen müssen was anderes suchen und so okay ja schon ein bisschen besser nein so war noch eine mein gott scheiße wieso ist die steck kaputt also noch 18 neben das andere wurde abgeknallt hat okay wir sind zu der nächsten runde so neue runde okay wieso ist gerade geht er so scheiße aber egal mehr landen hier in loot lake da bin ich meistens immer am besten glück hier meine lieblings stelle wenn ich hier landen muss natürlich sofort abgeknallt wenn mich so gut ist also hier ist immer ein gutes plätzchen die gehen nicht hin mache meine meisten kill ok ne eigentlich nicht die meisten wenn da einer reinkommt dann lege ich den immer meistens vielleicht hier ist schon mal ne kiste eigentlich können wir hier gleich runter gehen erstmal guck mal ob hier ein dachboden ne kiste ist ne und beide sind mir jetzt auch nix hier hier war die kiste jawohl in der maschine zu holen ist eigentlich gar nicht mal so schlecht okay vielleicht ein bisschen leise ja oder ja vielleicht passt so ein bisschen besser das hört man vielleicht mich nicht so ich werde es natürlich nach der aufnahme eh umhören oder so wenn ich sie überarbeite so herr blase wo bist du denn ist hier jemand okay hier ist keine waffe vielleicht eben schon gewesen meistens liegt schon mal eine waffe eine diesmal ist hier unten gar nichts also das ist sehr selten dass hier nichts ist da war schon jemand das heißt soweit kann ich empfehlen sein bauen habe ich nicht so viel aber für selbst muss reichen wenn über was ich immer manchmal springen einfach mal laufen damit er euch nicht leiten kann so laufen springen springen laufen und springen so ein drecksack alter der mich holen er hat mich nicht getroffen aber es heißt nicht dass er kommen wird dass er nicht kommen wird der kommt vielleicht ja der ist so stark dass ich komme einfach auf der insel die haben wir gucken aha da ist er ja aha das munitionsverschwendung er kommt scheiße ich glaube pushen können wir den nicht warum er in uns ist nix er kommt er darf erst mal weg wenn er kommt dann holen wir den also gut laufen weiter leute so der count dann war schon mal wieder da ich habe keine ahnung ob es ein spielfehler war oder nicht keine ahnung auf jeden Fall schon wieder zwei tage bis die rakete startet mal gucken ich glaube das wurde wieder rausgenommen aber wieder so ein komischer fehler ich dachte ich wäre eine hände im baum ja ja die rakete wird bestimmt bald starten irgendwas zerstören keine ahnung vielleicht wird auch die stattfindet aber das glaube ich am wenigsten die wird starten die rakete glaube ich also um einstecken auf redet steht da glaube ich jetzt nix keine ahnung wir haben auch nur so eine scheißpistole hier da könnte ich besonders von land fangen ach eigentlich schon hier in bauern ruft das eigentlich auch also mitte ist zwar nie gut aber immer gemein mal gucken wir müssen aber auf hügel sehen die verstecken sich da gerne heute haben mich erst zwei angegriffen wie ich auf dem hügel war so was sind sie denn das sind ja keine gegner mehr denn so hier wurde gar nicht gelootet gar zuerst ein blüter platz und hat mich irgendjemand beitrag gemacht so hier wo hier 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 Den holen wir uns, Leute. Wo ist der denn? Jungen. Nein. Oh mein Gott, das war der Schlechteste. Oh mein Gott, ey. Oh, scheiße. Ja, okay, Leute, das war's mit diesem Video. Bisschen kürzer als sonst. Na ja, ich versuch's nochmal gut zu bearbeiten. Was gut's war, es gibt noch oben. Und wenn ihr mit mir zocken wollt, schreibt euern Namen in die Kommentare. Ich würde mal vielleicht euch einfach mal wieder so schicken. Also, was sieht sich beim nächsten Video vielleicht denn mal. Also, ciao. Leute.